Meine Familie ist mit der Wolle und besonders mit dem Loden seit sechs Generationen eng verwoben. Meine Großmutter hatte ein Stoffgeschäft und mein Vater hat eben diese Lodenmäntel entwickelt. Aber auch persönlich eine ganz starke Beziehung zum Loden. Ich habe da das Bild mit meinem Großvater, mit seinem Lodenjanker und die mit meinem Lodenwetterfleck, die ersten Bergerlebnisse, sind da ganz präsent. Loden ist das ursprünglichste Funktionsmaterial, das wir kennen. Wir finden Wolle praktisch überall auf der ganzen Welt bei den Bergvölkern und unsere Alpine Life Kollektion inspiriert sich an der Tradition und verbindet diese mit dem Alltäglichen, mit dem Lifestyle auch in der Stadt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017